Müsst ihr jetzt gut sein? Sieht man mich? Ich hoffe nicht. Mann! Wieso? Bruder! Alter, diese Kamera! Jetzt ist perfekt! Was geht meine lieben Freunde? Willkommen zu hier einem neuen Stream meine lieben Friends! Paradise Lost wird heute gezockt und zwar... Mahlzeit Digga! Komm hier, die ist auch reingejoint. Paradise Lost wird gezockt, wir machen einfach direkt mal ein neues Spiel. Ich kenn das Spiel nicht. Wir müssen uns einfach überraschen lassen. Also, Bunkergesellschaft, Hauptrechner, unbekannt. Betriebszeit, Hauptrechner, inaktiv. Okay, wieder gar... What the fuck? Okay, was geht hier ab? Okay. Autorisieren. Sicherheitsabfragen. Wir haben durch die Position. Warnung. Nicht-autorisierte Individuen. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. ... Oha. Wann dich ja au. Wann dich ja au! Wann dich ja au! Wann dich wieder spür quantity zu? Oha! Ist nicht auf ein Loch? Oha! Antarktis Schöne Landschaft, Wiese Ist das ein Panzer? Okay, ein kaputter Panzer Mehrere Panzer Was steht da? John Millian? John Millian? Ja Ein Teddybär Ein Teddybär Sind wir hier bei Five Nights at Freddy's oder was? Eine angeschlagene Brille Okay, okay Es ist ein Koffer mit Sachen drin Es brieselt der Schnee Das sind Fußsturen Schön Safe sind es wir, also unser Hauptcharakter Mal gucken, um was da geht, alle Was unsere Aufgabe ist Wo wir hier überhaupt sind Leugnen Was soll ich leugnen? Und es lädt Und es lädt Und es lädt Das ist ein Koffer Halt Ich weiß nicht, wie wir es überräumeln Oder ich Ja, wie ist so Bruder, wie lange lebt Das ist noch nicht schlimmer als GTA Hallo Oh Ich hab grad was gehört Komm schon Lad schneller Die Ladenschnecke dreht sich Und dreht sich Und dreht sich Und dreht sich So langsam Warum dreht sich der Kopf so langsam? Oh mein Gott Oh mein Gott First Person First Person What the fuck? Ähm Na, wo sind meine Beine, Digga? Warum dreht sich so langsam? Warum dreht sich der Kopf so langsam? Wenn es ein Horror Game ist Dann küsse ich euer Herz Ich liebe Horror Games Was steht hier? Stu... Stufe... Achtung Stufe Ich seh nichts Ich seh nichts Sie macht da was mit ihren Händen Sie macht da was mit ihren Händen Wow Feuerzeug Erstmal ne Zigarre Ich bin auch scared of the dark too This is how we fight See? Mhm Mhm And now Mom is going to make it all warm and cozy And you can tie the upper Super Wie bitte? Das ist hier Ihr Unterschlupf Gleich ist hier gut für die Händen Die Kälte hat hier nichts verloren Die Kälte hat hier nichts verloren Wir müssen aber jeden Tag Ich kann es hier nicht auch genug sagen Ich finde es mich bestimmt tierisch langweilig Aber so sind wir mittlerweile langweilig Und nun wurscht ins Bett mein Kleiner Sie klingt so wie Nacht soll sein mag Mit dem Morgen der Rundfunk und ein neuer Traum Was geht hier ab? Ich check die Story grad nicht Boah was geht hier ab? Ich check die Story grad nicht Boah was geht hier ab? Ich check die Story grad nicht Diese Dame Redet mit ihrem War das grad ein Flashback? War das grad ein Flashback? Ich kann das jetzt nur Laufen Die Belichtung ist ja mal aggressiv Alter ich seh gar nichts Also vorne sich trotzdem gar nichts Einfach an der Wand entlang Immer an der Wand entlang Dann haben wir irgendwas an dem wir uns orientieren Oha Oh shit Ich dachte schon Kann ich Eis schmelzen? Miau Stellt euch vor auf einmal ich gehe da rein Das Ding geht zu In Tagien Da ist ein deutscher Da ist ein Haken What the Die Moral der Männer sinkt unaufhörlich Unruhe macht sich unter ihnen greit Ich vermute dass sie gemerkt haben Dass selbst ihr Oberleutnant nicht mehr weiß Als sie selbst Unsere Mission behandelt Unsere Mission behandeln wir mit höchster Geheimhaltung Aber wir sind die am besten aufgestattete Einheit In der gesamten deutschen Armee Und doch bleibt uns unsere Bestimmung vorenthalten Wir sitzen auf einem regelrechten Berg An Gewehren Mörsern Granaten Raketengeschossen Geigerzählern Und anderen Technologien Die bisher noch nicht getestet wurden Wir verfügen sogar über ein hochmodernes Kommunikationssystem Dennoch warten wir auf weitere Vergebnisse Auf unsere Einsatzbefehle Wann werden wir endlich wieder unseren Feinden im Kampf gegenüberstehen? Wie geht es um Nazis? Hallo Ja dann halt nicht Aber da steht 1960 okay Ja das habe ich doch gerade gelesen Kann ich damit sonst noch was machen? Nichts mehr Aufzug zu Stromber Ist das ein sozusagen Teitalter wo die Nazis gewonnen haben und nun sind wir so einer der wenigen überlebenden hier führerbunker selbst kommen wir zu zombies ein nazi zombies so ein auf call of duty warum atmest du ich sehe nichts noch tiefer was was mit es aussieht ach gar nichts das ist auswählen bestätigen ich habe es nicht aufgepasst es ist offen, warum hast du das gesagt? was ist das? es ist niemand also ich kann das story bis jetzt nicht ganz folgen, Alter, was geht hier ab? ich mein, was ist das der O-H es nervt, dass ich überhaupt nichts sehe, Alter, diese Feuerzeug bringt gar nichts ich höre ein Piepen ein verdächtiges Piepen wir gehen einfach straight durch das ist hier endlich gibt es Licht warum lauf ich so langsam wir gehen einfach angängig und widerrufen was müssen wir hier machen, Alter? Also, so wie ich es jetzt check, wir sind hier in so einem Untergrund-Pace. Nein, nicht runterspringen, Digga. Oh, danke. Updates runter! Eita. Ist dann nicht mehr stehen, naja. Das ist ein Untergrund. Untergrund ist es nicht so ein Untergrund. Es ist noch mehr. Es ist noch hier. Das war's für heute. du gar nichts die tickets die damen da ich setze mich jetzt hier drauf halte ab geht die fahrt eine schöne reise nach berlin obwohl ja vielleicht auch köln münchen keine ahnung das ding ist ich weiß ja nicht wo ich hin muss ich meine was such ich warum bin ich hier was ist die stoffing um was geht du willst nicht glauben wer mit mir im zug sitzt greta müller gerade noch hast du mir ihre platten vorgespielt sie ist so elegant ich wünsche ich wünschte ich könnte mit ihr sprechen doch sie hat ihr eigenes abteil und niemand darf dort hinein hier sitzt auch einer der zeichner von der zeitung die du immer liest er hat sogar ein bild des führers für mich gemalt gering hingegen hat er etwas schlanker gezeichnet als er eigentlich ist es ist eine ehre mit diesen talentierten berühmtheiten in einem zug sitzen zu dürfen es tut mir leid dass ich dir nicht liebewohl sagen konnte sie kamen als du fort war fort warst und waren so ungeduldig und ungehobelt ganz anders als ich es mir vorgestellt hatte doch zumindest versprachen sie mir mit diesem abschiedsbrief zukommen zu lassen ich hoffe es wird dich erreichen in liebe deine adela also ich check und das jetzt gar nichts das einzige was ich so verstehe halt wir sind eine russin glaube ich und er spielt halt nach dem zweiten weltkrieg aber ich weiß nicht was passiert ist aber ich gehe fast und du kannst mich nicht davon abhalten ich will nicht mein ganzes leben hier versauen das ist sie nicht oder hatten wir haben im gedächtnis verlust und langsam langsam erinnern wir uns die weiterbekommen oder 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 spiritus olss auch oder und kannst wie sollte ich das betätigen ich weiß es nicht was gibt es hier noch so wie aber was habt ihr alle mit einem brief mal lieben lieber liebhold viele mal betätigte ich habe keine ahnung ich mache euch der zeichner wo h2 ich betätige mal erst mal den da und was passiert hier gar nichts dann gehen wir mal weiter würde ich sagen ist doch der name soll ich hier drauf siegne gefeuille ich ans Was passiert jetzt? Yo, wir fahren runter. Ich sehe wieder nichts, außer ein paar Lichter. Erinnert mich irgendwie an diese Achterbahnen oder halt diese Züge in manchen Freizeitparks Erinnert mich irgendwie an diese Achterbahnen oder halt diese Züge in manchen Freizeitparks, Alter. Hab damals seit Kind immer gefahren, Alter. Oha. Was ist das? Seht ihr's da oben? Ihr seht's glaub nicht, da ist ein Fliegen, ein Umriss von der Person über dem Berg. Also in der Luft. What the? Und vor allem, was ist das alles hier? Was suchen wir hier? Statuen. Was sind das riesige Staten? Warte! Das sieht ziemlich interessant und krass aus, aber ich check nicht, was wir hier suchen oder was wir machen. Minecraft Musik am Staten. Was. 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 Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und unter unseres Todes. Amen. Was steht jetzt? Was ist das? Alles kaputt, alles Schneesturm, da ist die Welt. Hä? Jetzt sind wir wieder hier. Bruder, was geht ab? 0,1, wir suchen aber 0,4. Ja. Wir suchen mal 4. Und ich check nicht, was haben die Nazis hier mit zu tun, ich meine, das ist kein Kriegsspiel, das ist kein Dingsbumsspiel, ich meine, was suchen wir hier überhaupt? Sind wir überhaupt hier in Deutschland oder sind wir woanders? So wie ein Samen wachsam, ob wir unter der Erde, wir gedeihen im furchtbarsten Boden, wir sprießen hervor und erblühen im schönen Sommer gleich an edle-weißen Juli, ein seelisches Leben, was sie an kleinen Seelen, was man schon edle und weiß, alles gnadiger. Du warst ein heftiger Redtext. Heftiger geweint als der ein oder andere Westgesangschartist, da draußen. Cheeeeeeesss, was ist denn das? Vor allem, wo müssen wir hin? Das ist einfach ein Walking Simulator, Alter. Einfach nur laufen. Oha, geil, Pfeife, zum Rauchen. Ja, warum dürfen wir das jetzt angucken, Alter, wenn wir das mal mitnehmen können? Ja, das geht nicht mal, ne? Alter, rein! Hier geht es nicht weiter. Ich will mal die Kamera wieder ein bisschen... Ah! Passt es auch. Also... Was geht hier? Anweisung zur Aufnahme, um in der Gesellschaft aufgenommen zu sein. Und werden zu können, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen. Halten Sie Ihren Ausweis bereit, stellen Sie sich nacheinander in einer Reihe vor dem Fenster auf. Händigen Sie den Beamten Ihren Ausweis aus. Damit dieser Ihren Ausweis stempeln kann, nehmen Sie Ihren gestempelten Ausweis wieder an sich und begeben Sie sich ruhig und geordnet zum Eingang. Lassen Sie Ihren gestempelten Ausweis beim Eingang am Bedienfeld erfassen. Lassen Sie Ihren gestempelten Ausweis beim Eingang am Bedienfeld erfassen. Lassen Sie sich ruhig, wenn Sie sich ruhig nacheinander bekommen. Wo muss ich lang... Ajaaa! Hier hast du das. Du hast wieder einen Koffer. Vielen Dank. Hier hast du das Siedlungs-Hauptamt. Alles klar. Der Kackspasten. Was ist das? Und das haben wir jetzt mitgenommen. Alles klar. Ich glaube, das brauchen wir. Jetzt müssen wir irgendwo wieder zurück. Ich gehe noch mal kurz in den Raum da gucken. Ahaaa! Ein Kraftwerk. Was ist das? Ein Panzer! Ein Panzer spielt es gleich. Ahaaa! Jaaa! Jetzt können wir uns verpiesen. Oh, hier ist noch ein Koffer. Oh, hier ist noch ein Koffer. Nichts. In diesem Brief. Kackliste. Ja, jetzt kann ich hier durchpuppen. Übermensch. Danke, das selbste Spiel erkennt mich endlich als Übermensch. Geilala! What the... What the... Der Zwinging ist wieder zugegangen. Übermensch schon gut, aber... Oh! Das ist ein luxuriöser Aufzug, oder was? Hä? Hä? Ich war noch nie im Aufzug. Was passiert hier? What the... Oh Gott. Sind wir tot? Zorn. Kapitel geschafft. Weiter geht's. leugnen geschafft irgendwas haben wir geleugnet keine ahnung was das spiel sieht sehr interessant aus ich check halt nur nicht was wir treiben was unser ziel ist was wir machen was wir scheiße keine ahnung so wisst ihr man sagt einfach leugnen höchst das kapitel schief mal gucken was jetzt auf uns zukommt warte was ein moment während schief Okay. Was waren wir hier? 0,2 ist es nicht. Wir brauchen 0,4. Weiter geht's. Jetzt sind sie hier irgendwo, im Nirgendwo, im Fönebo. Mann, what the... Die Richtlinien zur Operation Untertauchen. Okay. Was steht da? Strebt schon in jungen Jahren nach wahrer Größe auf die Weidebescheiße. An Obers Hugo Neubauer. Was ist das hier? Transkript, eine aufgenommene Gespräch zwischen Obern und Dienstleiter Max Pfeiffer und Linda Luthi, ich bin Direktor des WG Kommissariats. Aha, super, was ist das nicht? Wir wollten irgendwas bauen, oder? Fett. Die Stufenkiratsch� sind, also faire Hier wirds Mosier geparkt. Das kommt noch. Die Stufenkiratsch. Die Stufenkiratsch. Was ist das? Wir brauchen ein Buch damit. Die Stufenkiratsch. Das geht einfach nicht. Dankesrede von Professor Kurt Hartmann zum Anlass der Preisverleihung Irgendwas. NSDAPH, Volksgenossen, braucht ihr Rat und Beruf, so wendet euch an die U-Ortsgruppe. Was suchen wir hier, Alter? Wir haben dieses eine Bild mit diesem 04 Wappen-Dingspunkt im Hintergrund. Oha! Tschüss! Einen Daten für Raketen, Alter! Einfach Atombomben! Fühle ich. Ich brauch Hilfe. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Was ist das? Was ist das? Ja! Hey, kid, calm down! Es ist kein Problem, um zu gehen. Ich bin ein Kind. Was willst du? Wer sagt, ich will alles? Du bist der Mann, der sagt Hallo. Wer bist du? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier, um zu schauen, wie du. Wie bist du hier? Ich bin hier, oder? Oh, du kannst mir sagen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich kann dir helfen. Ich bin so hoch auf den Kontrollcentern. Ich bin so hoch auf den Kontrollcentern. Ich bin sehr gut mit dem Bixx. Ich bin nicht so hoch auf den Kontrollcentern. Also, ich muss dir nur helfen, was du bist. Was sagst du? Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Wie kann ich dir vertrauen? Ich weiß nicht, einfach vertrau auf mich. Ich habe mir einfach hier verliebt. Ich werde mir einfach hier in den Kontrollcentern geholfen. Ich muss mich einfach einfach finden und rauskommen. Du hast mir helfen und ich dir helfen. Das ist ein Kupfer-Pro. Ich weiß, was es ist kalt. Oh, nein, oh, nein. Ist das so? Willst du mir helfen? Sie sagt, sie könnten uns helfen, das zu finden, was wir suchen, aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine Falle. So wisst ihr? Ja, ich bin unentschlüssiger, ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ja, ich weiß nicht, wenn ich mich überraschst, wenn ich mich überraschst, wenn ich mich überraschst. Das ist ein Warenhaus, das führt zu der Forge, und das ist wo der Kontrollen soll. Und das ist wo du bist? Das ist richtig, einfach hier und ich mich hierherin, bevor ich komplett lose meine Mind. Oh, als ein Gesture von Goodwill, ich habe sogar den Drunk für dich. Voila! So, ich glaube, ich sollte gehen. Ja, weil du da bist. I Did you want to say something? You already heard me right? I wasn't planning to but now you mentioned it Kidding I don't want anywhere so if you see a microphone you can say hi or whatever Okay 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 This place is made of salt I need the cake not the warehouse I think I would like to take sometimes about this place I 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 can see that I 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